Es hat funktioniert, ich habe gepostet und genau von dort an hat es nicht mehr funktioniert und die haben es nicht wiederhergestellt, weil es eben inhaltlich da auch Verwerfungen gibt, es gibt grösste Spannungen, aber der Anspruch der ISARS ist eben auch global, möglichst wiederherstellend die gesamte Einheit. Nur, wenn man es wie bei ISARS eben nur als religiöse Phänomene anschaut, was der westliche Standpunkt ist, Radio SRF, Fernsehen SRF, auch Berner Universität Bern, Herr Sokowiak, Piotr Sokowiak, Auskunft, wie er es gegeben hat, Und diese halt nicht originalen Schamanismen oder mindestens halt nicht ursprünglichen Schamanismen, bis leider, also ich sage jetzt bis zu Carlos Castaneda, Leute, die da bei ISARS unterdessen, da halt auch dabei sind. Wenn man das alles zusammenbringen will und dann geschützt lassen, aber es kann ja nicht so bleiben, weil wir sind daran, den Planeten zu zerstören und die Beziehungen liegen im Argen. Ehen werden dauernd geschieden, Kinder verlassen, Kriege geführt und so weiter. Wenn wir das auf einen schöpferischen Pfad wieder bringen wollen, in die Höhe bringen wollen zum Licht, dann müssen wir uns auf den Weg machen, alle. Das heisst, das habe ich eigentlich mal so auf den Punkt gebracht, hier.